Ich bin die Betty, ich bin hier gerade in Schweden als Versuchsingenieurin. Wir sind hier gerade im Prüfgelände Arctic Falls, wo wir die Fahrzeuge auf Winterbedingungen testen. Wir haben hier den Vorteil, wir haben Schneeeisbedingungen und auch Minustemperaturen, bei denen wir die Autos wirklich an ihre Extreme bringen können. Die Wintererprobung ist wichtig, weil ein Auto auch bei Kälte, Schnee und Eis funktionieren muss und den Kunden sich ans Ziel bringen muss. Um 7.30 Uhr sind wir hier pünktlich in der Werkstatt, um uns mit unseren Nachtrauffahrern zu treffen. Danach haben wir unsere eigenen Themen. Jeder hat die speziellen Teile des Autos, die er abprüft. So ist es bei mir zum Beispiel, dass ich mir alles anschaue, was aufbauseitig an den Türen ist, was an der Rückwandtür ist, was auch bedeutet, was mit Luft eintritt. Das heißt, ich bin auch noch bei uns die Schnittstelle zu Aeroakustik und Aerodynamik. Die Autos, die nicht in Dauerlauf gehen, hier zum Beispiel in Schweden, stehen über Nacht im Normalfall in der Kältekammer, damit wir morgens einen sogenannten Bodycheck durchführen können, wo die Kollegen, die dann zum Beispiel Motorenthemen betreuen, die machen aus den Kältezellen raus Kaltstarts. Das heißt, die gucken, starten unsere Motoren sauber bei den Minusgraden, wie läuft der Motor an, komme ich weg. Bei der Schneeansaugung wird überprüft, wie viel Schnee wirklich im Ansaugetrag, also in den Luftfiltern und so weiter ankommt, damit wir sicher gehen können, dass wir da, wenn sich das zusetzen sollte oder vereisen sollte, zu keinen Motorproblemen kommen. Ich fahre jedes Mal glücklich von der Erprobung zurück, wenn wir Probleme hatten und die lösen konnten, aber vor allem auch, wenn ich merke, dass ich und auch meine Kollegen alle einfach wieder glücklich nach Hause fahren. Vielen Dank. Vielen Dank.